Gleis 5, Einfahrt RB75 von Wiesbaden, weiter als RB75 nach Darmstadt, Hauptbahnhof, über Dieburg, Abfahrt 15.47 Uhr, Vorsicht bei der Einfahrt. Heute ist die Platte im Abschluss B, Vorsicht bei der Einfahrt. Ihre nächste Datenschlüsse. ICE 629 nach München Hauptbahnhof über Nürnberg Hauptbahnhof, Abfahrt 15.23 Uhr vom Gleis 6, direkt gegenüber. ICE 626 nach Dortmund Hauptbahnhof über Frankfurt am Main Hauptbahnhof, Abfahrt 15.33 Uhr von Gleis 8. RI 54 nach Frankfurt am Main Hauptbahnhof über Hanau, Abfahrt 15.43 Uhr von Gleis 8. und RI 55 nach Bamberg über Schweinfurt, Abfahrt 15.50 Uhr von Gleis 6, direkt gegenüber. Gleis 3 steht RI 87 nach Kreilsheim über Miltenberg, Abfahrt 15.26 Uhr. Bitte steigen Sie ein, Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Die aktuelle Uhrzeit ist 17 Uhr. HLB RB 58 nach Aschaffenburg von Gleis 4, Abfahrt 17.04 Uhr.